Und Team Hugo, voll ambitioniert, voll ehrgeizig hier dabei, die Jungs haben Bock drauf hier zu reisen, die Jungs und Mädels, wir sind gespannt, also Malte deine Einschätzung ganz kurz. Ja, wir haben jetzt auch gemerkt, wegen dem Zeitplan sind wir ein bisschen hinterher, deswegen haben wir jetzt gesagt, wenn die nächste Overtime stattfindet, dass wir das einfach im Sudden Death machen, wir machen das mit Freiwürfen, wer zuerst trifft, dann darf nochmal einer nachziehen, aber sonst entscheiden wir das so und machen das nicht, ich sag mal, in der Länge, so. Und sonst freue ich mich natürlich jetzt mal ein neues Team zu sehen, Team Hugo, bin gespannt, was die mitgebracht haben an Potenzial, an Athletik, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, ich habe ja hier schon gesehen, ein paar Kraftpakete sind auch dabei, vielleicht posten die sich ja unten auf, ja, was wir gesehen haben von Marc, haben wir ja schon gesehen, deswegen, mal gucken, was Hugo hier mitbringt. Okay, meine Herrschaften, es geht in die nächste Runde, also Team Hugo gegen Team Eggers, macht euch bereit, meine lieben Spieler. Ja, man merkt, man merkt hier schon ganz klar, dass Hugo sehr aufgeregt ist, der bringt sein Team zusammen, redet mit den Schiedsrichtern, der hat richtig Bock hier, den ersten Sieg für sein Team zu landen. Meinst du, Team Hugo hat irgendwie eine Absprache, haben Sie eine Taktik, haben Sie eine Strategie? Ja, ich denke, dass der, ähm, dass der Adiz unten sehr viel, sehr viel aufposten wird, weil der hat diesen massigen Körper, ich, also wenn ich Hugo wäre, dann würde ich den unten in den Post stellen und den natürlich so viele Bälle wie möglich geben, damit der da einfach an den Korb rankommt und die Dinger reinmacht, vielleicht auch sogar per Slam Dunk. Sehr geil. Also ich bin gespannt, ob Kuzeng nicht irgendwie durch seine Geschwindigkeit was rocken wird, Alena auch sehr flink, der schätze ich mal, Hugo ist auch bekannt dafür, dass er sehr komplexe Strategien entwickelt vor den Spielen. Ach so, ist er das, ja? Alles klar. Ich finde auch, ich finde auch das Schuhwerk sehr, sehr gut gewählt von Hugo, also diese glänzende, diese glänzenden, äh, ich weiß nicht, sind das Fußball, sind das Handballschuhe? Auf jeden Fall, sehr geil, sehr geil. Hugo hat tatsächlich Fußballschuhe, das ist eine gute Entscheidung, beim Basketball-Tonier Fußballschuhe zu tragen. Okay, meine Herrschaft, es muss weitergehen, das Spiel startet gleich. Also macht euch bereit. Omezzoulu hat wieder seine geilen Fußball-Torball-Handschuhe an, ey, da weiß ich, dass ich viel erwarten kann heute. Team Eggers, Team Hugo, macht euch bitte bereit, es muss jetzt weitergehen. Ja, wir warten jetzt noch hier, äh, dass der Startpfiff losgeht. Wir brauchen zwei Spieler bitte, äh, für den Sprungball. Zwei Spieler in die Mitte für den Sprungball, meine Herrschaften. Los geht's. Ich würde sagen, die beiden Kapitäne springen um den Ball. Hugo gegen Marc Eggers. Und los geht's. Let's go, Hugo. Ein Spieler von Team Hugo in die Mitte. Oder Adiz. Oh, die zwei Kraftpakete treffen sich direkt hin zum Sprungball hier. Mal gucken, wer den Sprungball gewinnen kann. Und Marc hat den Ding. Und los geht's. Wir starten jetzt hier rein in das Spiel. Team Hugo gegen Team Eggers. Und wir werden wahrscheinlich sehen, dass das Team Marc Eggers sich super eingespielt hat. Adiz hat den Ball. Passt ihn rüber. Schon die erste gute Chance. Schade von Team Hugo, schon die erste gute Chance. Kleiner Frontback. Marc Eggers war gestern noch feiern. Richtiges Kämpferherz hier, wie ich sehe. Er gibt Vollgas. Snipska hat das Ding beinahe reingemacht. Stark. Stefan Gerig, einen weiten Ball. Ist ein weiterer Ball intelligent, Malte? Was würdest du sagen? Oder ist es besser zu laufen? Besser zu laufen. Ja? Da sieht man, dass sie sich schon eingespielt haben, ne, Marc Eggers. Der ist direkt vorne, hat wieder eine neue Chance. Oh, der trifft einfach. Schade, knapp. Hugo mit dem langen Outlet. So Adiz. Und da, was? Da gibt's einen Carry. Das ist sehr interessant, dass wir das hier sehen. Ein Carry bedeutet quasi, wenn er den Ball zu lange in der Hand hält, dass das ein Ballverlust ist. Malte, würdest du sagen, dass die weiten Bälle eher unkontrolliert sind und gegnerischen Händen landen und deswegen laufen besser ist? Ja, deswegen ist es laufen besser. Und da sehen wir den ersten von Stefan Gerig. Team Eggers hat sich eingespielt, meine Herrschaften. Stefan Gerig, sein erster Korb. Das merkt man absolut. Stefan bringt hier irgendwie schon Erfahrung mit. Oh, hartes Foul von Adiz. Oh. Marc geht zu Boden, aber steht gleich wieder auf. Das ist ein richtiger Kapitän. Der steht gleich wieder auf. Eggers zeigt seinem Team, dass heute gekämpft wird. Ich sehe leichtes Humpeln, aber er macht weiter. Starker Pass von Omed. Karepas zu Omed. Und Omed macht den Ballverlust. Und Hugo den ersten Wurf. Der Chat ist anscheinend für Team Hugo. Hugo, unser herzen Spieler heute Abend. Mal gucken, wie es ausgehen wird. Aber Marc Eggers gibt auch nochmal Vollgas mit seinem Team. Mauri mit der guten Verteidigung. Omed Zulu sucht den Cut, dass jemand da in die Mitte geht. Marc Eggers guter Push. Oh, trifft einfach nicht. Er holt den Ball zurück. Er hat den Ball zurück. Mehdi neue Taktik entwickelt den Ball ganz tief am Boden spielen. Und er wirft ihn rein. Wow. Mehdi mit den ersten Punkten. Da steht 2 zu 2. Ausgleich. Was sagst du an der Taktik mit dem riesigen Ball? Hast du das gesehen? Ja, also ich muss sagen, auch die großen Spieler hier, die spielen eine richtige Rolle hier. Die geben Gas, die sind groß, die sind athletisch. Und dann trifft man halt auch mal so eine Würfe von weiter weg. Ich muss auch sagen, so die Ballkontrolle der Creator, unglaublich. Also da haben auf jeden Fall viele von denen schon vorher trainiert. Ich glaube, Mehdi hat auch heimlich trainiert, das sag ich dir. Guck mal, wie entspannt der aussieht. Ja, er schwitzt nicht mal. Oma hat seine Tormat-Handschuhe wieder an. Ja, Gierke, der Top-Scorer bis jetzt mit 2 Punkten. Hier ist er doch. Lola, gut. Ah, schade, weiter Pass. Ja, man merkt jetzt, dass bei Team Eggers so langsam die Energie ein bisschen rausgeht. Da sind sehr viele Ballverluste. Ich meine, es liegt auch daran, dass jetzt... Könntest du sagen, dass die Teams gut ausgeglichen sind? Dass wir im Vorfeld gut selektiert haben und sie zusammengewirft haben, so dass es noch passt. Dass es ungefähr alle gleich stark sind? Ja, total. Das siehst du ja an den Spielstanden. Also immer ausgeglichen. Das Spiel davor war auch super knapp mit 4 zu 4. Und dann gab es die Overtime. Jetzt 2 zu 2. Also sehr ausgeglichene Spiele habt ihr sehr gut ausselektiert. Sehr gut. Meine Zuschauer, wir haben wirklich drauf geachtet, dass alle Teams ungefähr gleich stark sind. Er ist jetzt am Ball. Er wirft. Er wirft. Ah, viel zu weit. Da ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Kraft. Er hat den Trizeps zu sehr angespannt, meine Herrschaft. Der Ball ging über das Ziel hinaus. Ah, schade, schade, schade. Die weiten Bälle, die weiten Bälle sind immer ein bisschen schwierig. Guter Pass von Omez Sulu und Stefan Giericke im Fallen. Fast, fast die nächsten Punkte. Oh, und Marc Eggers probiert es immer wieder, aber er trifft einfach nicht. Weiter Marc, gib weiter Gas. Ich weiß, dass du probierst. Oh, sehr gutes Ballhandling hier. Oh, das ist der Block von Stefan Giericke. Oh, der behind the back pass. Geht daneben. Oh, schade. Guter Wurf von Snipska. Da ist der nächste Wurf von... Oh, Medi schon wieder. Medi macht das nächste Ding rein. Der ist ja gerade der Topscorer hier. Team Hugo. Vier Punkte schon. Also, ich habe das Gefühl, dass Medi viel Vertrauen von seinem Team genießt. Und dass er irgendwie so ein kleiner MVP im Team Hugo ist. Ja, das sieht ganz nach MVP aus. Auf jeden Fall. Vergesst nicht, meine Herrschaft, heute Abend gibt es auch noch einen MVP-Award. Auf jeden Fall. Wow. Adiz macht das Ding rein. Also, Team Hugo ist gar nicht so schlecht, oder? Also, Team Hugo überrascht mich hier echt schon sechs Punkte. Aber ich meine, die haben auch den Vorteil. Die haben wir noch nicht gespielt, ne? Also, die haben wir halt noch... Stimmt, das kann auch die Ausdauer sein, die gerade bei Team Eggers flöten geht. Absolut, ey. Die brauchen gleich die Pause. Die freuen sich wahrscheinlich schon, wenn die 42 Sekunden hier vorbei sind. Oh, Matsoulu. Schade, guter Wurf. Marc probiert es wieder von außen. Schade, schade. Oh. Ja, Leila auch sehr schnell mit dem Ball, muss man sagen. Und Edi ist vorne wieder knapp. Schon wieder von ganz weit Bäcker Medi fast das Ding reingehauen. Wahnsinn. Die Wurftechnik von Medi, ist sie gut, würdest du sagen? Also es ist interessant. Die sind ein bisschen von weit hinten geholt, aber ich meine, ganz ehrlich, die Treffer geben ihnen recht. Zwei von drei bis jetzt, super Quote, 67 Prozent. Noch fünf Sekunden zu spielen. Vier, drei, zwei, eins. Halbzeit, meine Herrschaften, Halbzeit. Richtig, Malte? Halbzeit. Stand 6 zu 2 für Team Hugo. Okay, meine Herrschaften, jetzt auch sehr entscheidend, weil jetzt kann man da nämlich einen taktischen Zug machen. Die Käpt'ns haben wieder die Möglichkeit, einen Spieler auszuwählen, der rausgeht und wieder einen Profi reinzuholen. Wir haben noch einen Profi, der nicht gespielt hat. Er könnte die Überraschung des Abends sein. Und wir haben natürlich auch unsere Käpt'ns, die jetzt entscheiden müssen, wer rausgeht. Hugo und Marc, warte bitte im Spielfeld. Ich komme zu euch. Hugo, ich fange mal mit dir an. So, weil du den Ausdauervorteil hast, wirst du jetzt als erstes, glaube ich, gleich entscheiden müssen. Nee, wir machen ja wieder Xing-Zhang-Zhang. Aber bist du noch vorbereitet, dich für einen Profi zu entscheiden? Weißt du schon, wen du aus deinem Team rausnehmen würdest? Nee. Du weißt gar nicht, was los ist, ne? Nee. Weißt du, dass heute ein Profi-Team am Start ist? Ja, einer kommt in unser Team rein, ja. Genau. Also nochmal für dich, es ist Halbzeit. Du kannst jetzt für zwei Minuten einen Profi nehmen. Dieser Profi wird für zwei Minuten in deinem Team mitspielen. Er kann keine Körbe werfen, aber er bringt natürlich Ausdauer mit, Erfahrung mit und spielt sehr, sehr gute Pässe. Ja. Hast du dir schon überlegt, wen du rausschicken könntest für einen Profi? Nee. Hugo, deswegen bist du auch der Liebling des Chats. Du bist einfach sympathisch, mein Freund. Gut, guck mal, such dir jetzt jemanden aus deinem Team aus, mach dir langsam Gedanken, wer könnte rausgehen. Ein Tipp von mir, da du unvorbereitet bist auf das Turnier, vielleicht jemand, der gerade ein bisschen Probleme mit der Ausdauer hat. Ja, das stimmt. Oder du, wenn du selber Angst hast, dich zu verletzen, kannst du auch raus. Ich guck mal. Okay, gut. Dann denk noch mal kurz nach, bitte. Ich gehe kurz noch zu Marc Eggers. Marc, hast du dich schon entschieden? Wer gleich rausgehen könnte? Ja, ich würde gerade, ich würde am liebsten selber wieder raus, aber ich spiele jetzt. Ich kenne nicht, soll Marc drinnen bleiben? Wollt ihr, dass Marc weiterspielt? Da hörst du es, mein Freund. Ich glaube, du gehst raus, oder? Lola, du gehst dann erst mal raus gleich? Ja, ich mache jetzt mal eine Pause. Sehr gut, sehr gut. Aber ich muss ehrlich sagen, Lola, du spielst sehr, sehr gut. Dafür, dass so große Männer hier dabei sind, du als natürlich etwas kleinere Frau sehr ambitioniert. Dankeschön. Sehr gut. Gut. Applaus für Lola. Applaus für Lola. Gut. Da der Jack schlecht unterscheiden kann im Stream, schwarz Rikot gegen schwarz Rikot, haben wir gesagt, die ziehen noch mal hier diese Leibchen an. Sehr schön. Hugo, habt ihr euch schon entschieden? Ja. Wer würde bei dir rausgehen? Das sieht nie in einer Entscheidung aus. Ein Name. Ach, Alena. Gut. Alena, du hast auch sehr gut gespielt. Du gehst raus. Dankeschön. Ja, ich mache zwei Minuten Pause oder so, damit, keine Ahnung, wer anders spielt. Sehr gut. Du spielst ja gleich auch wieder mit nach den zwei Minuten, dann kommst du mal richtig mit Power rein. Okay, meine Herrschaften, dann einmal die Käpt'n sind in die Mitte, ihr macht Xinjiang Chong und der Gewinner darf als erstes einen Profi aussuchen. Ihr müsst erst mal Xinjiang Chong spielen und der Gewinner darf als erstes einen Profi aussuchen. Also bis eins. Xinjiang Chong. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Los geht's. Mark hat gewonnen. Jetzt nehme ich ihn auf jeden Fall. Wie war der Name nochmal? Brandon. Geil. Ernst bei uns. Jetzt ist er am Start. Sehr gute Entscheidung. Wie war dein Name nochmal? Brandon. Brandon. Brandon ist heute bei Team Eggers dabei. Sehr, sehr geil. Er wird überzeugen, meine Herrschaften. Sehr, sehr gut. Hugo, du musst ja auch noch für jemanden entscheiden. Wir haben zwei Profis noch zur Auswahl. Ach, zwei? Zwei Profis, genau. Einmal der Kollege da hinten. Und wie war dein Name nochmal bei Zayo? Kilian. Kilian. Kilian haben wir. Und wen haben wir noch? Wie bitte? Dein Name? Nelson. Nelson. Kilian oder Nelson Hugo? Wen willst du haben? Wir haben schon mit Kilian geredet. Du siehst geil aus, aber wir haben schon mit Kilian geredet. Okay, du nimmst Kilian? Ja. Gut. Dann wird Kilian für zwei Minuten bei Team Eggers aushelfen. Sehr schön, meine Herrschaften. Sehr schön. Gut. Ich ziehe mich zurück zum Halte. Das Spiel muss direkt weitergehen. Wir sind etwas im Verzug. Sehr, sehr geil. Frischer Wind in beiden Teams. Und wir starten direkt in die zweite Hälfte. Team Hugo gegen Team Mark Eggers. 6 zu 2 für Team Hugo. Mal schauen, was jetzt der Joker bringen wird für beide Teams. Wir haben Brenton Gregory und Kilian Bieneffel jetzt mit dabei als Niners Joker, als Profisportler. Sehr gespannt, was die heute jetzt in dieses Spiel mit reinbringen. Auf geht's, ab in die zweite Hälfte. Los geht's. Man merkt hier, Mark Eggers steht hier direkt vor mir, schräg gegenüber. Und der ist ganz schön am Puppen. So zwei Spiele direkt ineinander weg, das zehrt ganz schön. Wir werden sehen, ob die Profis wieder eine große Auswirkung haben. Sehr gut. Guter Angriff, schade. Knapp daneben. Hugo hat den Ball. Ach, schade. Also man merkt auch, die Profis sind topfit. Wie er springt, mit welcher Leichtigkeit. Foul in Omizulu. Der hat jetzt wieder die Möglichkeit, hier auf sechs zu viel zu verkürzen. Malte, ich denke, strategisch wäre es klug, die Profis ein bisschen machen zu lassen, laufen zu lassen, Pässe spielen zu lassen und selber zu werfen. Richtig? Eigentlich schon, ja. Total. Hörbchen. Hugo spielt auch wieder der Kilian zu, hat Vertrauen gefunden in ihm. Ach, Hugo, schade. Der war ein bisschen zu hart, der Pass. Sehr guter, langer Pass, oder? Ja. Der Marc probiert hier jeden Ball abzudrücken. Wir hoffen alle, dass er endlich mal einen trifft. Man merkt, dass im Team Hugo die Leute noch selber laufen wollen, weil sie Energie haben, weil sie Ausdauer haben und wenig ihren Joker nutzen. Ja, definitiv. Boah. Da ist Marc endlich. Und da ist er endlich. Da ist er endlich. Sechs zu vier. Marc Eggers verkürzt für sein Team. Marc Eggers hat er sein Korbort. Geil. Und da ist der Wurf von Kis. Ey. Acht zu vier. Starker Wurf. Gute Ballvorlage von Kilian Bienapfel. Gute Ballvorlage von Kilian Bienapfel. Rippa ist direkt den Fastbreak unterbrochen. Bruno hat den Einwurf jetzt an der Seite. Ey, Hugo. Sehr guter Pass vom Profi an Edis. Hier ein Gewirr zum Korb. Versucht eine Passstation zu finden. Hat Hugo gefunden. Und Hugo. Oh, schade. Man merkt aber, dass Edis verstanden hat, dass man einem Profi die Ball zuspielen sollte für die Pässe, oder? Edis hat es verstanden. Oh, schade, Omid. Schade. Da fehlen die Fußballanschuhe, mein Freund. Noch zwei Minuten. Oh, gut. Omid ist wieder dazwischen. Oh. Gut. Die zwei Minuten für die Profis sind um. Richtig? Ja. Zwei Minuten sind um für die Profis. Bitte die Wechsler reinkommen. Danke an die Profis von Niners. Danke vielmals. Applaus für die Profis hier. Team Niners aus Chemnitz. Sehr schön, meine Herrschaften. Jetzt geht es wieder normal weiter. Wir warten noch kurz, bis alle hin, dass das Ding angezogen hat. Sehr gut. Also beide Teams, macht euch ready. Es geht weiter, meine Herrschaften. Ein Wurf für Team Hugo. Seng geht durch und macht den Layup. Schade. Hat den Ball aber. Kann den Ball behalten. Und da haben wir wieder so ein Ding vom Medi. Oh, für drei Punkte. Schade. Lola hat den Ball sehr gut. Die passen jetzt sehr gut. Man merkt, das Team spielt jetzt schon weiter zusammen. Oh, schade, Omid. Omid hat das leider komplett daneben geworfen. Malte, eine Frage. Würdest du sagen, als Basketballer sollte man eher leicht sein? Oder sollte man klein und leicht sein? Oder groß und schwer? Na, es gibt halt verschiedene Vorteile. Also man merkt halt, bei Omid Sulu, der ist halt hier die ganze Zeit unterwegs. Und der ist halt leicht, schnell, flink. Dann hast du aber auch wieder andere Spieler wie Medi oder so, die natürlich auch ihre Körpervorteile nutzen können unter dem Korb. Also es ist tatsächlich ein Klischee, dass man denkt, hier gerade die Größe macht es aus. Tatsächlich ist es auch mehr die Geschwindigkeit. Und Marc probiert es wieder für drei. Schade, Marc. Wieder zu kurz. Die letzte Minute, letzte Minute. Team Hugo führt 8 zu 4. Senke durch. Und da sind wieder zwei Punkte. 10 zu 4 für Team Hugo. Marc hat es versucht, wird gefoult beim Korblegerversuch. Geht direkt an die Freihauflinie. Mach mal nochmal, mach mal nochmal Stimmung hier für Marc. Jawohl. Der braucht euch jetzt. Marc braucht das Feuer der Zuschauer, meine Herrschaften. Schade, schade, schade. Jawohl. Enis. Enis macht das Ding rein. Da merkt man die Schnelligkeit der Athletik. Malte, hättest du gedacht, dass Team Hugo so stark ist? Ist das wirklich die Ausdauer? Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Entweder ist es die Ausdauer oder die bringen auch einfach das nötige Talent mit. Aber Team Marc ist, man merkt, schlaucht. Die sind müde. Cousin jetzt am Start. Cousin schon wieder. Und schon wieder. Der ist so gut drauf. Wow. Wie ein Blitz über das Spielfeld, muss man schon wirklich sagen. Letzten sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, schade, Stefan. Geh. Sehr, sehr geil. Die Käpt'n's bitte einmal in der Mitte bleiben. Wir fragen jetzt nochmal ganz kurz die Käpt'n's, wie ihr empfinden war. Und dann kommen wir auch nochmal gleich zu einem ganz speziellen Traumprogramm. Oder zu einer ganz leckeren, ganz leckeren Angelegenheit. Hugo, das war euer erstes Spiel hier. Wie war dein Empfinden? Wie war dein Team? Gut. Bist du zufrieden mit deinem Team? Ja. Sind krass. Sind krass? Ja. Sind sie wirklich. Ich muss ehrlich sagen, du hast gesagt, du bist ein Macher. Dein Team war heute auch ein Macher. Ihr habt wirklich sehr, sehr viele Punkte gemacht. Aber glaubst du, dass das vielleicht daran lag, dass ihr noch Ausdauer hattet? Und Marc Eggers nicht? Ja, safe. Hundertprozentig, ja. Team Eggers hatte harte Spiele. Zwei Spiele hintereinander. Das muss man wirklich sagen. Ist wirklich sehr anstrengend. Das ist warm hier. Und ihr hattet den Vorteil der Ausdauer. Was würdest du sagen? Hast du einen kleinen MVP-Favoriten in deinem Team? Ich hab zwei, aber du musst noch gucken, wer der MVP-MVP ist. Okay. Du weißt, es gibt einen Award heute auch für den MVP. Ja. Okay, sehr, sehr gut. Dann werden wir schauen, ob er es später schafft. Danke. Danke. Marc Eggers, du noch vielleicht paar kurze Worte zum Abschluss? Wir sind raus, glaube ich. Das würde ich noch nicht sagen. Nach zwei Niederlagen. Es sieht nicht so gut aus für uns. Dann möchte ich mich an dieser Stelle wirklich einmal bei euch bedanken. Danke für die Unterstützung. Geiles Publikum. Danke natürlich auch an mein Team. Die haben echt alles gegeben. Haben Vollgas reingehauen. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Gibt es eine Aftershow-Party? Natürlich gibt es eine Aftershow-Party. Dann sind wir uns da. Sehr, sehr geil. Applaus für Team Eggers. Meine Herren, Applaus für Team Eggers. Malte, ist das bestätigt? Sind die schon raus? Ja, die haben jetzt kaum noch Chancen. Also mit zwei verloren in den Spielen und die anderen Teams müssen das jetzt unter... Das ist jetzt quasi das kleine Finale der Gruppe. Okay, aber die hätten auch eine Chance irgendwie doch voranzukommen. Nee, die sind jetzt raus. Okay, gut, sehr gut. Dann wissen wir Bescheid. Danke an Team Eggers. Sehr tapfer gespielt. Gut. Wir haben noch eine Kleinigkeit. Was heißt Kleinigkeit? Das sind schon einige Kalorien. Wir gehen zum Pizzen gleich. Happy Slice von Knossi und auch Trimax. Die beiden Herrschaften hier haben ein... Da sind sie ja, die beiden. Ich komme mal zu euch, machen ein kleines Interview. Knossi und Trimax. Ein Applaus für die beiden. Applaus. Knossi und Trimax hier, die beiden Riesen. Hallo. Wie geht es euch? Sehr, sehr gut. Geil, dass wir hier sein dürfen. Sehr, sehr geil. Freude uns sehr. Haben natürlich einiges mitgebracht. Deutschland-Tour läuft gerade. Happy Slice, das ist der letzte Stopp. Das Finale von diesem Stopp nicht zu toppen, wie wir vorhin draußen auf diesem Bus waren. Krass. Ich sag Happy Slice, ihr sagt... Happy Slice. Haben wir noch nicht alle? Warte doch mal. Ich sag Happy Slice, ihr sagt Happy Life. Happy Slice. Happy Slice. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Man muss auch einmal betonen, dass sowas gab es vorher auch noch nie. Die beiden Herrschaften hier mit dem Event zu unserem dazugestoßen, sehr kollegiales Verhältnis hier. Freut mich sehr. Trimax, riesen Dank. Knossi, riesen Dank, dass ihr dazugestoßen seid. Euer Team, wie ich sehe, auch sehr, sehr bunt. Sehr schön. Gut. Habt ihr noch was zu euren Pizzen zu sagen? Sollte man irgendwas wissen? Zwei für eins ist gerade auf Lieferando und auf Uber Eats. Könnt ihr euch sehr gerne gönnen. Ich bin ein bisschen heiser. Zwei Pizzen, nur eine bezahlen. Gönnt euch. Gibt es gerade auf Lieferando. Sehr, sehr geil. Trimax, du bist auch noch von New York zurückgekommen, richtig? Richtig. Extra dafür. Extra für das Event? Richtig. Ich hatte zehn Jahre nicht mehr Basketball gespielt. Ich hoffe, das funktioniert noch. Zehn Jahre, stimmt. Du warst mit Henki sogar in einem Team oder sowas? Ja, von 15 bis 18 waren wir da. Ewig her. Okay, ja gut. Das ist schon etwas her. Sehr, sehr geil. Okay, meine Herrschaften, die lieben Zuschauer. Bitte ruhig auf den Plätzen bleiben. Die Mitarbeiter von Happy Slice verteilen hier ein paar Pizzen. Also jeder wird auch eine Pizza kriegen können, wenn ihr Hunger habt. Hebt einfach die Hände am besten. Die bringen euch die Pizzen vorbei. Einfach die Hände heben. Dann könnt ihr natürlich schön essen. Passt auf, wenn der echter Käse ist. Nicht, dass jemand eine Allergie hat oder Sonstiges. Aber bitte auf den Sitzen bleiben. Ruhig warten. Die Leute, die Hunger haben, die werden ja auch Pizzen kriegen. Wir haben hinten, glaube ich, zehn Öfen. Die Öfen werden durchgehend befeuert. Die Leute backen hier Pizzen extra für euch. Ihr werdet alle eure Pizza kriegen. Sehr, sehr geil. Ein bisschen Energie kann ja nicht schaden. Vergesst auch nicht, Wasser zu trinken, meine Freunde. Gut. Malte, wer ist als nächstes auf dem Plan? Wer würde als nächstes spielen? Jetzt ist quasi das Finale der Gruppe 1. Und zwar Team Abogoku gegen Team Hugo. Wer spielt nochmal? Team Abogoku gegen Team Hugo. Oh, sehr geil. Hugo hat auch schon einiges abgeliefert hier mit seinem Team. Könnte sein, dass Team Abogoku sich ein wenig beeindrucken lässt. Die haben ja sich schon warm gespielt. Ich glaube, die Ausdauer könnte wieder hergestellt sein, oder? Ja, die haben wir jetzt. Also Team Abogoku hat ja jetzt eine gute Pause gehabt. Wir haben ja jetzt gerade Knossi im Trimax begrüßen dürfen. Und deswegen hat auch Team Hugo eine kleine Pause gehabt. Also jetzt gehen die beide rein. Gleiche Ebene. Und wir wollen ein geiles Finale der ersten Gruppe sehen. Geil, geil, geil. Meinst du, für Team Abogoku wäre es intelligent, jetzt Pizza zu essen? Ja, denke ich schon. Das ist eine gute Stärkung für die Partie. Sehr, sehr geil. Gut. Team Abogoku gegen Team Hugo. Gut. Team Abogoku, Team Hugo. Macht euch langsam bereit. Ihr seid gleich dran. Ich hoffe, Team Abogoku hat sich erholt. Ich gucke ja auch mal kurz in die Creator-Lounge. Was sehe ich denn hier? Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Creator-Gäste da. Meine Freunde, es ist geil mittlerweile sagen zu können, dass auf Twitch, YouTube überall schon auch viele Freundschaften entstanden sind. Dass wir alle zusammen auch auf Events erscheinen können. Dass wir früher auch nicht gang und gäbe. Mittlerweile geht ein Event in das nächste. Sehr, sehr geil. Gut. Ich sehe, die Leute essen hier auch Pizza. Revi? Mein Freund, kleines Interview. Hast du schon ein Stück Pizza gegessen? Tamam. Sehr, sehr lecker. Wirklich. Geil, geil. Happy Slice, happy life. Ich liebe es. Das nennt man Support, meine Freunde. Und wie findest du das Event heute? Äh, zwei, ach, äh, 10 vor 10. 10 vor 10, oder? Ja. Hättest du auch Bock zu spielen? Nein, danke. Revi leider auch verletzt. Aber das nächste Mal wird er sicherlich mitspielen, meine Herrschaften. Geil, Creator-Lounge, stark gefüllt. Die gönnen sich. Team Abogoku und Team Hugo bitte in die Mitte. Eine Frage noch gleich zu Abogoku, dem Team-Captain von Team Abogoku, meinem Freund. Was glaubst du? Habt ihr euch gut eingespielt? Ist die Ausdauer auch wieder hergestellt? Meint ihr, ihr könnt hier gewinnen? Äh, naja, gewinnen. Also, die sind gut auf jeden Fall. Wir sind jetzt so kalt geworden, und die haben gerade gespielt. Man denkt so, vielleicht sind die jetzt kaputt, aber die sind erst warm jetzt. Und wir müssen wieder von kalt auf warm. Also, ich glaube, die haben einen kleinen Vorteil, was das angeht. Würdest du sagen, ihr seid wirklich schon abgekühlt? War das so lange? Ne, das war schon mal eine kurze Ausrede, falls ihr verlieren. Sehr gut. Die Ausreden schon vorbereitet. Aber würdest du sagen, dass Hugo wirklich ein starkes Team hat, oder? Unerwartet. Hugo, nee, nicht unerwartet. Hugo hat ein gutes Team. Ich hab mir das schon gedacht. Da sind ein paar stabile Jungs mit bei. Und jetzt werden wir sehen, was aus diesem Spiel... Ich hoffe, es ist ein spannendes Spiel. Okay. Lass dich nicht von niemandem beeindrucken, Abu. Ihr schafft das schon. Team Abogoku. Applaus für Team Abogoku. Hier, die tappbaren Kämpfer haben noch. Schaut auf einen Sieg. Hugo, hörst du, dass das andere Team schon leicht beeindruckt ist von euch? Echt? Die sind schon leicht beeindruckt. Ja, ich hab jetzt Angst vor denen. Die sind hart reingegangen. Okay, Hugo hat auch Angst vor dem gegnerischen Team. Ich hoffe, das wird ein geiles Match. Gib dir Mühe, mein Freund, und pass nochmal auf deine Schulter auf. Mach ich. Viel Erfolg. So. Dann übergehen wir nochmal an Malte. Die Teams machen sich langsam ready. Meine Herrschaften, bitte auch die Ballspieler in die Mitte. Sehr gut. Ja, wir können es kaum erwarten hier. Endlich Team Hugo und Team Abogohan zu sehen. Es geht hier um das kleine Finale der ersten Gruppe, die dann ins Halbfinale kommen. Also, let's go. Also, ich muss ehrlich sagen, man sieht kaum Schweißbären bei Team Hugo. Also, die scheinen wirklich gerade warm gespielt zu sein. Abogohan hat den Ball. Let's go. Boah. Hugo geht dazwischen. Man merkt schon, hier geht es um alles. Also, man merkt, dass beide Teams sich langsam rantasten, oder? Ja, ich finde halt, man merkt schon, dass hier viel drin ist. Der Ball geht die ganze Zeit hin und her. Man merkt, dass beide Teams wissen, es geht ums Ganze hier. Das ist wieder der Medi, der quasi schon vier Punkte im letzten Spiel gemacht hat. Hat gerade versucht. Und jetzt noch der Hugo. Also, man merkt, hier ist Feuer drin. Wir müssen sich aber erst mal noch einwerfen. Ich glaube, die Pause war ein bisschen lang. Würdest du sagen, Team Hugo ruht sich ein wenig aus und nutzt die Zeit auch taktisch gerade, dass sie langsam anfangen? Ja, ich denke schon. Es könnte auf jeden Fall der Fall sein. Vor allen Dingen wissen sie halt auch, wenn der Profi wieder mit am Start ist, dass sie dann auf jeden Fall ihre Vorteile benutzen können, in der zweiten Hälfte. Es geht ganz schön heiß her hier, ne? Auch nochmal an die Twitch-Chats von Abu Gokou, Rohat und Breitenberg. Auf allen drei Kanälen wird es gleichzeitig gestreamt. An die Chats. Eins in den Chat, wenn ihr glaubt, Hugo gewinnt. Zwei in den Chat, wenn ihr glaubt, Abu gewinnt. Team Abu Gokou. Eins in den Chat für Team Hugo und zwei in den Chat für Team Abu Gokou. Boah, starker Pass, aber der geht leider ins Aus. Das ist eindeutig, oder? Alle Hugo, ne? Also der Chat sagt auch, Team Hugo, wahrscheinlich. Sehr viele Einsen im Chat. Das hat man gesehen in den letzten Partien, dass Hugo unglaublich performt hat. Boah, was war das denn? Und Riton hat den Ball. Macht er den? Oh. Und wird gefoult. Riton geht an die Linie. Mir fällt gerade auf, wir haben hungriger Hugo und Letz Hugo auf dem Feld. Die beiden wurden lange Zeit lang verwechselt. Riton hat jetzt die Chance für die Führung. Schade. Nochmal. Riton nachfassen. Riton ist sehr ambitioniert. Er möchte für sein Team was rausholen, das merkt man. Also welche Gelassenheit Medi beim Spiel hat, das ist schon echt, also ich bin erstaunt. Ich dachte, Medi wäre genauso verfressen wie ich und würde den ganzen Tag nur zocken. Aber es ist echt krass, was der heute hier abliefert. Also schon zwei von drei geworfen aus dem Feld, also hohe Trefferquote. Unglaublich. Aber das sind halt so diese Hidden Talents, die manche Spieler haben. Ah, der hohe Nido Hugo fast. Riton mit vier Einsatz. Pass auf, pass auf. Oh, Hugo sieht ein wenig verletzt aus. Nicht die Schulter, sondern der Fuß, glaube ich. Oh, oh, ist der umgeknickt? Geht es dem Hugo gut? Oder ein Krampf? Vielleicht ist es auch nur ein Krampf. Hugo, das schaffst du. Geben einen Applaus hier. Applaus für Hugo. Applaus für Hugo. Applaus für Hugo, meine Herrschaften. Er gibt nicht auf. Der wirft sich voll rein für sein Team. Das ist ein richtiger Kapitän hier. Hugo geht erstmal raus, sollte sich ausruhen. Wir hoffen, dass er sich nicht verletzt hat. Edis kommt rein. Aber ich sehe schon Hugo lächeln. Der wollte nur eine Ausdauerpause machen. Er hat den taktischen gemacht, meine Herrschaften. Den taktischen. Da lächelt er schon wieder. Der hat nur so getan, als er taugt. Der hat nur so getan. Glaub mir, der hatte keine Ausdauer. Riton hat das eine Schwalbe. Oh, schade. Aber Edis hat den Rebound. Foul. Ein Wurf. Gesang hat den Ball. Dribbelt sehr gut. Auch so ein flinker Spieler. Malte, würdest du sagen, dass Kusang und Hugo die schnellsten sind, gerade auf dem Feld? Ja, total. Also auf jeden Fall. Also Kusang ist super schnell. Gleich kommt ja auch Sammy hier rein. Der ist ja auch ein super schneller Spieler. Die beiden machen schon einen Unterschied auf dem Spielfeld. Kusang hat auch sechs Punkte im letzten Spiel gemacht. Boah, der wird hier ganz schön gefoult. Der holt viel raus für sein Team. Also Kusang eins gegen zwei hat sich gut gewährt, muss man wirklich sagen. Edis jetzt im Einwurf. Edis mit zwei Metern verschafft sich erstmal einen Überblick. Wow. Starkes Ding aus der Drehung von Kusang. Aber es steht immer 0 zu 0, ne? Muss man auch sagen. Also die erste Halbzeit hat noch ein bisschen was offen hier. Ich glaube, dass die Ausdauer vorher wirklich eine große Rolle gespielt hat, dass es jetzt 0 zu 0 steht. Hier Ballbesitz für Team Hugo. Da ist wieder Kusang mit dem langen Wurf. Schade. Boah. Na, da merkt man langsam die Ausdauer, ne? Die Ausdauer wieder. Gleich ist auch Pause. Gleich ist auch Pause. Noch 57 Sekunden. Also ich finde, man merkt auch das Alter. Kusang sehr jung, noch sehr geladen. Ja. Sehr dynamisch. Abu Guku, fünffacher Familienvater, meine Herrschaften. Guku, das ist ein bisschen was. was. Wow. Kusang haut wieder so ein weites Ding rein. Unglaublich. 2 zu 0 für Team Hugo. Der trägt das Team so ein bisschen. Ah, Sammy von draußen kann der nicht reinmachen. Gutes Vorher. Ich hätte mehr von Team Hugo erwartet. Ich dachte gleich 6-0, 8-0, 10-0. Die halten sich tapfer. Team Abu Guku kämpft wirklich tapfer. Jetzt Sammy eingewechselt. Einer der MVP ist bei Team Abu Guku. Ja, Team Abu Guku hat auch vielleicht ein kleines bisschen mehr Klasse als das Team zuvor, als wir gesehen haben. Von Mark Eggers. Da hat es auch Team Hugo ein bisschen schwerer. Oh, gutes Give and Go. Schade. Fußspiel. Ball bleibt bei Team Hugo. Ball bleibt bei Team Hugo. Fußspiel. Noch 19 Sekunden. Ja, sieht man. Edis hat ja seine Kräfte als Vorteil ausgespielt. Sehr gut. Auf Vorsicht. Man merkt so langsam kochen die Emotionen hoch hier auf dem Spielfeld. Noch 10 Sekunden. 8 7 6 5 guter Trick Kuseng durch die Beine gespielt. Hast du das gesehen? Also dass wir sowas hier auch sehen, das ist echt was. Sehr geil. Wir kriegen hier echt was geboten. Man merkt, dass Sammy Verantwortung auf seinen Schultern hat. 1 Samy, letzter Wunsch. Ab in die Halbzeit. Schade. Jetzt kommt wieder unser Joker mit den Profis, oder? Jetzt wollen wir mal sehen, welche Profis hier jetzt wieder ausgewählt werden. Wir haben gesehen, Kian Bina hat einen absoluten Mehrwert vorhin gestiftet bei Team Hugo. Let's see. So meine Herrschaft, die beiden Käpt'ns von den beiden Teams haben jetzt noch mal die Möglichkeit, einen Joker einzusetzen, einen Profi. Einmal Abu Gokou bitte in die Mitte und einmal Hugo. Hugo, ich gebe dir noch etwas Zeit zum Nachdenken. Du hast dich garantiert nicht vorbereitet, so wie ich dich kenne. Ich frage erst mal Abu Gokou, ja? Ja. Abu, hast du schon Gedanken gemacht, wer aussetzen könnte? Jetzt für die Halbzeit? Ja. Und wer wird es sein? Hugo wird aussetzen und entweder Hamed oder Riton für einen Profi. Also es geht auch um deine Mannschaft tatsächlich. Du musst jetzt für dich für einen entscheiden, der aus deiner Mannschaft aussetzen wird. Riton kann das, glaube ich, oder? Nee, nee, Hugo. Für einen Profi, meinst du? Ja, einer aus deinem Team muss aussetzen. Das weiß ich. Achso, hungriger Hugo. Ach, mein Fehler. Mein Fehler. Verzeihung, wir haben ja auch hungriger Hugo am Start. Hugo, hungriger Hugo. Du musst jetzt aussetzen. Was war ich? Du musst jetzt leid aussetzen für einen Profi, aber ich würde sagen, du hast sehr, sehr gut gespielt. Du warst sehr ambitioniert, sehr schnell. Danke. Hat das Spiel bisher Spaß gemacht? Ja, macht sehr viel Spaß. Dann setze ich jetzt ausgeguckt, gleich wieder rein. Sehr, sehr gut. Okay, mein Freund, komm. Dann haben wir noch Letzugo. Wo ist Letzugo? Da, mein Freund. Hast du dich schon dafür entschieden, wer aussetzen muss? Weiß nicht. Ich glaube, ich gehe auch raus. Ich gehe auch erst mal raus. Für die zwei Minuten. Die beiden Hugos gehen raus. Ja? Der selber, okay, der Käpt'n selber will rausgehen für sein Team. Suchen wir uns gleich noch einen Profi aus. Hugo, bleib noch mal hier. Ihr müsst euch beide noch einmal Schicksal-Schon spielen. Bis eins. Okay. Seid ihr bereit? Er macht Psycho-Tricks, das sehe ich jetzt schon. Abo versucht noch Psycho-Tricks zu machen. Also Abo Koko hat Hugo gefragt, wie alt bist du? Und das hat zur Verwirrung geführt. Abo Koko hat gewonnen. Okay, warum nicht? Das sind die Psycho-Spielchen. Nochmal? Okay, komm. Was ist das? Ich will die Hand geben? Okay, jetzt 1-1 los. 1-1, letzter Versuch. Oh, Abo hat gewonnen. Gut gespielt, gut gespielt. Abo sucht als erstes jemanden aus. Du bist die Wahl? Sehr, sehr gut. Und Hugo, wen suchst du dir aus als Profi? Sehr, sehr gut. Die beiden Profis wurden ausgewählt, meine Herrschaften. Zwei Minuten sind die Profis jetzt im Spiel dabei. Sie dürfen keine Körper werfen, können aber das Spielgeschehen trotzdem noch beeinflussen. Wie übergeben man Malte, meine Herrschaften? Ich finde, das war wieder eine gute Entscheidung hier in Nelson wieder mit ins Spiel zu bringen. Sehr clever gemacht von Team Hugo. Und auch Brandon hat gezeigt, dass er sehr starke Anteile hatte in den letzten Spielen. Ich habe zwei Hugos. Team Abo Koko den nutzen kann. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Halbzeit. Let's go. Hier in diesem kleinen Finale der ersten Gruppe. Ich muss ja sagen, dass das Rahmen in Rieken hier wirklich, 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 wirklich Gas gibt. in der ersten Stafel sind die in der ersten Stafel. Aber Team Hugo war einfach bis jetzt ein Stück schneller. Und mal schauen, wie Nelson Weidemann hier den Kuseng auch sehr interessant zu sehen einsetzen kann. Kuseng wieder zum Korb. hat da einen Foul haben wollen, aber hat er nicht bekommen. Oh, Medi, unglaublich. Medi, also wirklich jetzt auch, das ist nicht schlecht. Medi ist wirklich gut dabei heute. Medi, ich weiß auch nicht, hast du ein bisschen trainiert irgendwie hinten im Garten oder so? Oder hast du irgendwo einen Basketball-Cock gefunden? Unglaublich, wie gut er hier spielt. guter Pass von Nelson auf Kuseng. Oh, schade. Also die Pässe von den Profis kommen auch immer an. Das ist wirklich bemerkenswert. Aber guck mal. Schade, Abu. Sein ersten Wurf war da daneben. Riton macht das Riton weit. Ach. Ich dachte, Medi macht das Ding schon wieder rein. Unglaublich, starke Akzente hier von Medi bei diesem Spiel. Und der Pfeil geht ganz weit ins Aus. Man merkt aber, dass die Teams gut balanced sind. Es stehen immer noch 4-0. Ich hatte echt ein anderes Ergebnis erwartet, oder Malte? Also Team Abu. Gucco hat noch alle Chancen, ist noch alles drin, noch viel Zeit zu spielen. Wir müssen jetzt einfach nur mal einen Treffer machen, damit das hier trotzdem knapp bleibt. Guter Block, guter Block von Brandon. Guter Pass von Nelson für das Foul für zwei Einframen. Edis kann man nicht so schnell verletzen. Der wird noch weiterkämpfen, meine Herrschaften. Edis, schaffst du noch? Der ist voll in Saft. Der gibt Gas. Und Edis kann jetzt die Führung weiter ausbauen für Team Hugo. die Profi sind noch 27 Sekunden dabei. Oh, was macht Abu da? Er fängt an zu ringen. Starkes Foul von Abu Gucco. Mit Abu sollte man keinen Bodenkampf eingehen. Er ist Ringer, mein Freund. Edis, pass auf. Edis dachte, er kriegt einen Freiwurf, aber er ist Einwurf an der Seitenlinie. Einwurf zu Nelson. Guter Pass. kann auch nicht jeder reingehen vom Medi, muss man echt sagen. Der hat eine echt gute Trefferquote, aber es gehen noch ein paar daneben. Oh, Vorsicht. Oh, jetzt geht es hier los, ey. Zwischen Abu und Edis. Abu und Edis, die Kolosse hier auf dem Spielfeld. Wenn die gegeneinander kämpfen, wenn die aufeinander prallen, das ist echt heftig. Das kann gefährlich werden. Guter Pass. Oh, schade. Edis holt den Rebound. Kuseng ist auch noch da. Meine Herrschaft, die zwei Minuten sind um, die Profis gehen wieder raus, die normalen Spieler kommen rein. Aber ich muss sagen, man merkt wirklich, dass zum Beispiel Medi und Kuseng mit den Profis gut interagieren. Das merkt man wirklich, dass die Peste da ankommen, dass Körbe geworfen werden. Sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht sollte sich Team Apogoko mehr auf den Profi einlassen in Zukunft. Finde ich auch. Team Hucko hat den Profi schon viel besser eingesetzt als Team Apogoko. Ich weiß auch nicht, warum, aber vielleicht gab es da intern auch im Team so ein paar. Das kann sein. Streit rein. 4-0, meine Herrschaft, das ist noch alles möglich. Es ist stark, wir sind es stark, Das ist stark, wie er sich da durchsetzt mit seinem Körper, schade. Hugo geht da nochmal nach, aber er kann leider die Beine nicht verwerten und ein Wurf für Team Abu Gokou. Abu Gokou und Sami hatten schon immer eine starke Bindung, sehr gute Freunde. Oh, da sieht man mal ein paar Tricks von Abu Gokou. Das ist sein Lieblingstrick. Hugo ist auf jeden Fall drauf eingefallen. Kurze Wachschnaufpause hier, die Schuhe zugebunden von Edis und gleich geht es weiter. Aber wer hätte gedacht, dass Abu Gokou so eine gute Ausdauer hat, also wirklich. Die Energie von King Gens scheint zu wirken. Der Mann hat noch Feuer. Kusang geht ja ganz durch. Und der Endone, also quasi mit Foul reingemacht, kriegt sogar noch einen Freiwurf dazu. Kann daraus ein Drei-Punkte-Spiel machen. Also wir haben quasi die zwei Punkte, die zählen. Dadurch, dass noch ein Foul im Wurf passiert ist, gibt es noch einen extra Freiwurf, wo er nochmal einen Punkt extra bekommen kann. Okay, verstehe. Für drei Punkte. Schade. Schade, Kusang. Aber Edis ist wieder unten und räumt auf. Kann ihn aber leider nicht reinmachen. Aber Kusang, ey, der ist echt. Der spielt hier auf dem Top-Niveau, muss man echt sagen. Wow! Mauri macht das Ding für drei Punkte. 9 zu 0 für Team Hugo. Die letzte Minute ist schon angebrochen. Und der Ball ist bei Team Aboukouki. Die müssen sich jetzt beeilen, denn es liegt schon 9 zu 0. Genau so, mit einem Dreier, aber leider zu kurz. Ah, auch der ist leider zu kurz. Gute Defense vom Hohen gegen Hugo, nur noch 30 Sekunden zu spielen in diesem Spiel. Riton, probiert es nochmal. Futspiel. Noch 26 Sekunden. Ah, Sammy probiert es. Der hungrige Hugo versucht es auch nochmal. Schade. Kusang, der absolute MVP hier von Team Hugo. Der geht nochmal ganz durch. Jedes wird gefoult von Sammy. Und dann der Baseline. Noch 7 Sekunden in diesem letzten Spiel. Und Mauri nochmal für drei. Und geht leider daneben. Ja, das war eine klare Sache hier. Hugo, probiert es nochmal von ganz weit draußen. Das war's. Einmal Applaus bitte für Team Hugo, die sich hier durchgesetzt haben. War ein geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Hugo, 9 zu 0 gegen Abu Gokou. Malte, wie ist deine Einschätzung zu Team Hugo? Könnten die heute das Spiel, das Turnier gewinnen? Also für mich sind die bis jetzt klarer Favorit, was ich bis jetzt gesehen habe. Team Hugo, unglaublich gute Konstellation. Auch so die Mischung aus Athletik und aus, ich sag mal, Spielwitz auch. Die haben recht Bock, das sieht man. Die rennen hier über das ganze Spielfeld. Die haben sehr viel Potenzial. Also wenn Malte das sagt, der ehemalige Team-Kaptain von Niners, ehemalig, richtig? Ja. Der wird das schon wissen, der wird Kompetenzen erkennen können. Und auch ich bin sicherlich beeindruckt vom Team Hugo. So, meine Herrschaften. Hugo, let's Hugo und Abu Gokou, wartet mal bitte nochmal auf dem Feld. Ich komme nochmal kurz zu euch. Entschuldigung. Machen wir bitte Platz. Oh, ich habe es nicht. Aber Gokou, mein Freund, ihr habt verloren, 9-0, aber ihr habt auch sehr, sehr gut gekämpft. Ihr wart ambitioniert. Wie ist deine Einschätzung zwischen Spielern? Wie ist deine Erfahrung? Was sagst du zum Team? Zu unserem Team? Ich bin trotzdem zufrieden mit unserem Team. Letzugos Team war sehr stark. Die haben gute Jungs und Mädchen natürlich. Die sind physisch auch stark. Und ich denke, wenn die so weitermachen, haben die sogar eine Chance auf den Sieg allgemein heute. Das hat Malte tatsächlich auch gesagt. Also wir sind sichtlich von Hugo, Team Hugo auch begeistert. Die sind wirklich sehr, sehr gut dabei. Die haben eine sehr, sehr gute Kombination. Was glaubst du, woran hat es bei deinem Team bisher gelegen? Was könnte dir verbessern? Das Zusammenspiel vielleicht ein bisschen mehr. Und wir werfen zu wenig, finde ich. Hast du auch gemerkt, dass ihr den Profi vielleicht ein bisschen zu wenig integriert habt? Ja, eventuell schon. Doch, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, er war nicht so viel am Ball. Er hätte vielleicht mehr verteilen müssen. Wir hätten ihn öfter den Ball zuspielen müssen. Das ist vielleicht öfter den Ball zu spielen. Aber ich muss auch eins sagen, Respekt für deine Leistung. Du hast wirklich auch noch Ausdauer an den Tag gelegt. Hast du vorher trainiert? Hast du eine Diät gemacht? Hast du irgendwas im Vorfeld gemacht? Hast du dich vorbereitet doch aufs Turnier? Nein, ich habe mich null vorbereitet. Ich mache seit einem Monat erst wieder Sport. Aber für Basketball vorbereitet, null, Komma null. Okay, ich weiß Bescheid. Danke, nochmal Applaus für Abo Gogo. Team Abo Gogo haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Hugo, ihr habt das Spiel gewonnen. Und bitte jetzt mehr als nur ein paar Worte. Einfach mal ein, zwei Sätze zu deinem Team. Ja, mein Team ist gut. Hugo, der Beste. Okay, hast du auch gemerkt, dass hier wirklich sehr, sehr gute Spieler dabei sind? Also wirklich, die auch schnell sind und auch gut werfen können? Dann hast du gemerkt, dass die Kombination sehr gut ist bei euch. Ja, Digga, wir sind krank. Das ist insane. Ich habe nicht gedacht, dass wir so krass sind. Wir hatten auch schon die Theorie, Malte und ich, dass du komplexe Strategien im Vorfeld ausgearbeitet hast. Du hast auch bestimmt vorher gesagt, wir müssen den Profi perfekt integrieren, oder? Nein. Okay, sehr gut. Gut, aber ihr habt wirklich sehr gut gespielt. Respekt. Und nochmal Applaus für Team Hugo, meine Herrschaften. Haben Sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, meine Herrschaften. Wir lassen jetzt auch langsam schon Team Happy Slice aufs Feld. Die müssen sich noch ein wenig warm spielen. Deren erstes Spiel. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also kurz ein paar Facts. Henki und TriMax haben schon zusammen gespielt. In einem Team Basketball, angeblich, wo sie 15, 18 waren. Applaus noch einmal für Team Happy Slice. In der Halle bebt es, meine Herrschaften. Die Leute freuen sich auf unsere Spieler. Sehr, sehr gut. Knossi, wie sieht es mit dir aus? Hast du schon mal Basketball vorher gespielt? Noch nie in meinem Leben. Ich habe am Donnerstag erfahren, dass ich hier mitspiele. Ich freue mich aber. Es ist geil. Wir haben ein geiles Team. Wir haben heute, ich will mal einmal zu meinem Team sprechen. Zauberer. Wer kennt den Zauberer von Happy Slice? Gibt es Leute hier? Wer den Stream geschaut hat? Der Zauberer von Happy Slice aus dem Bus verpflichtet. Wir haben Henki. Eigentlich ist das unser insgeheimer Käpt'n. Unglaublicher Typ. Hat uns vorher noch eine Strategie aufgezeichnet. Guckt ihr die Größe in unserem Team an. Ich habe ein gutes Gefühl. Grüße an alle, die heute in der Bustour in unserem Chat waren. Wir haben hier rüber geradet. Ihr wisst Bescheid. Hey, an meinem Team. Happy Slice. This is the moment. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Happy Slice. Sehr schön, meine Herrschaften. Sehr ambitioniert. Sehr motiviert, Knossi und sein Team. Wir sehen Ihnen jetzt noch mal kurz ein bisschen dabei zu, wie die sich aufwärmen. Also, Henki und Trimace. Oh, könnte eine gute Kombination sein. Aber unterschätzt auch nicht Niki. Niki ist derjenige, der bei jedem Turnier irgendwie rasiert. Bei jedem Wettkampf. Der Junge hat Ehrgeiz. Noah. Derjenige, der mit dem Kopf. Der Mann, der die Strategien entwirft. Cole Black auch noch im Team, wie ich sehe. Anna Gazanis. Ich bin gespannt. Merth auch noch. Sehr, sehr geil. Könnte für Stimmung sorgen. Wir sind gespannt, wie sie gleich spielen werden. Und der Zauberer natürlich. So. Als Kontrahenten haben wir Team Rohat. Bei Rohat ist B-Light noch auf dem Weg. Der wurde frisch importiert. Ehemaliger Profi angeblich. B-Light ist auch die Hoffnung in Team Rohat. Ich kann euch verraten, dass B-Light wahrscheinlich, wahrscheinlich der beste Spieler sein wird von den Creatern. Wir sind wirklich gespannt. Rohat sagt, das ist seine Hoffnung. Wir gehen noch einmal kurz rüber zum Team und fragen Sie mal, wie Sie gestimmt sind. Rohat. Cody. Was sagst du? Werdet ihr rocken? Auf jeden Fall. 100 Prozent. Glaubst du, ihr werdet gewinnen? Ja, ich bin mir sehr sicher. Es sind zwar viele Große dabei, aber die Größe hat nichts zu sagen. Die Größe hat nichts zu sagen. Die Technik sagt. Die Technik zählt. Sehr, sehr gut. Rohat. Ah, da ist er ja, meine Herrschaften. B-Light. Sehr, sehr geil. Okay. B-Light ist auch da, meine Herrschaften. Applaus für B-Light. B-Light sagt, ich soll kein Auge machen. Soll nicht sagen, dass er wahrscheinlich der beste Spieler ist. Aber meine Herrschaften, schaut ihn euch an. Wenn er kein guter Basketballspieler ist, dann weiß ich auch nicht. B-Light, hast du Bock auf das Spiel? Mega, Bruder. Gerade so beeilt. Aber jetzt geht's los. Und bist frisch aus Berlin gekommen, stimmt das? Ja, Bruder. Autobahn durchgebrettert. Für das Event hier. Sehr gut. Natürlich hat er die Geschwindigkeit gehalten. Wärme dich auf, mein Lieber. Du bist Rohats Hoffnung. Gut. B-Light ist auch am Start. So. B-Light ist auch am Start, meine Herren. Es wird gleich sehr, sehr geil. Ich bin wirklich gespannt. An die Zuschauer da draußen. Ihr könnt auch einmal kurz in den Chat schreiben. Eins für Team Rohrhardt. Zwei für Team Happy Slice. Was glaubt ihr? Wer wird gewinnen heute? Wer wird gleich rocken? Ihr habt Team Happy Slice noch nicht gesehen? Es könnte sein, dass sie wirklich rocken werden. Die haben einige Geheimfavoriten. Und bei Rohrhardt bin ich mir auch sicher, dass sie rocken werden. Eine Sicherheitsdurchsage. Eine Sicherheitsdurchsage. Es kommt noch gleich eine Sicherheitsdurchsage, meine Herrschaften. Eine Sekunde. Okay. Wir müssen ganz kurz auch für Sicherheit sorgen. Also wir haben draußen sehr, sehr viele Zuschauer in der Halle. Sehr, sehr viele Zuschauer. Gleich kommt noch mal eine Durchsage. Nach der Durchsage können wir auch anfangen. Ich gebe noch mal ganz kurz raus an Philipp. Philipp, bist du da? Regie, schalte mal bitte zu Philipp. Und Philipp, erzähl mal, wie ist die Stimmung da draußen? Haben die Leute Bock? Eigentlich bin ich hier. Ach, Philipp ist drin. Was für eine Überraschung. Er hat sich reingesneakt. Philipp, dann sag du auch noch mal ein paar Worte dazu. Wie war das Empfinden von dir da draußen? Ja, die Leute sind gut drauf. Es ist eine schöne Stimmung draußen. Die Leute warten natürlich. Ich höre immer wieder die Stimmung. Kommen die Creator heute noch nach draußen? Das wollen sie natürlich. Also es heißt, Reiti, du musst die ganzen Leute heute auf jeden Fall noch nach draußen holen. Du müsst Autogramme geben. Das wollen die Leute natürlich. Die sind schon heiß drauf. Geil. Also ich muss wirklich sagen, Chemnitz ist geil. Chemnitz sehr, sehr nice. Also ich muss wirklich sagen, wir werden hier bestens empfangen. Liebe Grüße an Chemnitz. Ihr seid die besten Chemnitz. Ihr seid sehr, sehr geil heute drauf. Und mal Applaus für Chemnitz, für die Stadt Chemnitz, dass wir hier so gut empfangen werden, dass ihr hier so eine geile Stimmung habt, dass ihr uns das alles hier ermöglicht. Auch an die Zuschauer da draußen. Riesen, riesen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. So, jetzt einmal die Sicherheitsdurchsage, meine Herrschaften. aufgepasst. BMW PIR MT600 und Golf CZM91H mit H-Kennzeichen. Bitte die beiden Fahrzeuge, ich wiederhole, PIR MT600 und CZM91H. Bitte die beiden Fahrzeuge nochmal umparken, meine Herrschaften. Das ist sehr, sehr wichtig. Für Sicherheit wird ihr gesorgt. So, sehr, sehr gut. Wir übergeben nochmal an Malte. Wir wollen Maltes Einschätzung hören zu den beiden Teams. Und dann beginnen wir auch langsam mit der Warm-Up-Phase von Happy Slice. Also wir spielen sich schon warm und dann geht es langsam Richtung Spiel. Malte. Danke dir. Ich habe schon gesehen, im Vorfeld habe ich nochmal mit Roald gesprochen. Und Roald hat ganz schön Ambitionen, das Turnier hier zu gewinnen. Deswegen bin ich total gespannt, was sein Team hier auf das Parkett bringt. Der ist auf jeden Fall sehr ambitioniert und hält da sein Team auch gut zusammen. Und ich sehe auch schon, dass da fleißig geworfen und geübt wird. Und Roald hat heute Morgen, stand ja auch schon hier drin und hat schon mal ein paar Körbe geworfen. Also die sind vorbereitet und haben Bock hier zu gewinnen. Und auf der anderen Seite Happy Slice. Ich meine, wenn ich das hier sehe, die haben richtig Bock. Die haben richtig Stimmung mitgebracht. Und man sieht halt auch, das ist ein riesiges Team. Die haben Möglichkeiten hier durchzuwechseln. Das wird natürlich ein absoluter Vorteil werden bei Team. Also auch an die Zuschauer in der Halle und außerhalb im Twitch-Stream. Und Roald liebt Basketball. Er hat uns sehr viel erzählt. Es gibt ja auch noch jemand anderen, der spielen will. Denerji hat uns auch sechs Stunden erzählt, wie gut er Basketball spielt. Er ist ein richtiger Baller. Aber Roald hier ist auch bekannt dafür, dass er Basketball spielt. Roald, ich glaube, dass Roald und sein Team sehr ambitioniert rangehen werden. Sehr ehrgeizig, weil sie auch natürlich Druck haben. Sie müssen zeigen, dass sie was drauf haben. Sie müssen zeigen, dass sie rocken. Lisa Küppers auch dabei. Ich glaube, die Dame wird sehr, sehr schnell sein auf dem Feld. Nicht unterschätzen. Cody kann man nicht einschätzen, ob er wirklich gut ist. Evanyo bin ich auch mega gespannt, ob Evanyo nicht derjenige sein wird, der hinten schön verteidigt. Ich weiß nicht, oder die Körbe wirft. Bilal, mein Geheimfavorit. Meiner Meinung nach einer der Besten. Und Daniel auch dabei. Bilal, sei nicht aufgeregt, mein Freund. Bin dann auch mal gespannt, ob die...